Hallo, heute eine Kolumne von Harald Martenstein mit dem Titel Erziehungsratgeber vom 3. November 2024. Viel Spaß! In der Kita sagte eine Erzieherin über unseren kleinen Sohn. Der hat eine kurze Lunte. Wenn er wütend wurde, schlug er manchmal zu. Es konnte auch mich treffen. Viele Kinder machen so eine Phase durch. Wir sagten, tu das nicht. Diese Bitte, in den verschiedensten Formulierungen vorgebracht und stets mit kindgerechter Begründung versehen, hatte die Wirkung einer Träne im Ozean. Ich nahm ihn in den Arm und versuchte ihn liebevoll zu beruhigen. Manchmal funktionierte das. Wenn sich am Ende herausstellte, dass nichts half, sprach ich eine Drohung aus. Zum Beispiel, dass wir später nicht Fußball spielen. Das wirkte meistens. Wenn nicht, machte ich die Drohung wahr. So etwas soll man natürlich nicht tun. Aber angebrüllt werden oder geschlagen werden, halte ich nur eine begrenzte Zeit aus. Ich selbst bin als Kind geschlagen und angebrüllt worden. Wenn ich heute geschlagen werde, habe ich wahrscheinlich deshalb immer Angst davor, die Kontrolle über mich zu verlieren, selbst wenn es nur mein kleiner Sohn ist. Also muss etwas passieren, das diese Situation schnell beendet. Weglaufen ist beim Umgang mit einem Kind für den Erwachsenen keine Option. Dass ich gegen die Brachialpädagogik von Anno Dunnemals bin, versteht sich von selbst. Ich habe Auszüge des Bestsellers Erziehen ohne Schimpfen von Nicola Schmidt gelesen. Sie ist gegen Druck, gegen Strafen und gegen Kontrolle. Das meiste würden die Kinder von alleine lernen, das meiste vielleicht. Aber nicht alles. Was würde Nicola Schmidt tun, wenn ein Kind in der Gewaltphase ist? Ich habe aus Platzgründen den Absatz gekürzt. Zitat Unsere Kinder kippen vor Wut die Legokiste aus. Sie ziehen ihre Geschwister an den Haaren. Wissen Sie was? Es macht nichts. Die Kinder haben viele Jahre Zeit, um alles zu lernen. Wir können uns also in aller Ruhe einen Tee eingießen und erst mal abwarten, was passiert. Wir können später darüber sprechen, wie es zum Haareziehen gekommen ist. Zitat Ende Das legitime Interesse, der an den Haaren gezogenen Geschwister nicht an den Haaren gezogen zu werden, wird bei dieser Methode total ignoriert. Ich stelle mir vor, ein Kind ist bei uns zu Besuch. Wenn die Eltern es abholen, fehlen ihm die Hälfte der Haare. Ich sage, ich habe mir in aller Ruhe einen Tee eingegossen und erst mal abgewartet, was passiert. Mein Sohn hat viele Jahre Zeit, um zu lernen, dass man bei anderen Kindern am Körper alles dran lässt. Nun gut. So radikal würde Nicola Schmidt ihr Antidruckprogramm vielleicht nicht durchziehen. Man kann juristische Probleme kriegen oder sogar das Kind gefährden, wenn man die Kontrolle vernachlässigt. Das will sie sicher nicht. Ich kenne etliche Erziehungsberater in Buchform und ärgere mich immer, wenn es darin fast nur um die Bedürfnisse des Kindes geht und die Bedürfnisse der Eltern oder gar anderer Menschen kaum vorkommen. Man muss eine Balance zwischen diesen Bedürfnissen finden. Was kommt wohl heraus, wenn ein Kind nie Widerstand erlebt, nie lernt, daß unangemessenes Verhalten unangenehme Folgen haben kann und daß die Welt nicht ihm allein gehört? Ich fürchte, es sind Menschen, die ihr Ego absolut setzen, die extrem schnell beleidigt sind, Ansprüche gern stellen, aber ungern erfüllen und deren Frustrationstoleranz in einen Fingerhut passt. Von denen scheint es inzwischen ja eine ganze Menge zu geben. Die Arbeitgeber klagen darüber. Noch ein Zitat aus Erziehen ohne Schimpfen. Statt zu bestimmen, du ziehst jetzt die Hose an und basta, lassen wir dem Kind eine Wahl. Ohne Hose kannst du nicht auf die Straße. Welche möchtest du, die blaue oder die rote? Genau diesen Tipp habe ich mit unserem Sohn in genau dieser Situation ausprobiert. Antwort des Kindes? Doch, ich kann ohne Hose auf die Straße. Ich kann ohne Hose auf die Straße.